Rund um die ganz speziellen Probleme von Zwillingen hatten die knapp 60 Jugendlichen von Tenzing wazwischen an in den vergangenen zwölf Monaten die Bühnenschau Double Trouble erarbeitet, die alle traditionellen Tenzing-Elemente enthielt. Chor, Tanz, Band, Gesang und Drama, rund um die Bühne kamen noch Technik und Organisation hinzu. Zwischen den einzelnen Dramastücken sorgen Tänzerinnen und Solosänger für beste Unterhaltung beim Publikum. Rund 700 Besucher hatten den Weg in die Mehrzweckhalle gefunden. Dabei gilt es für manche Tenzinger immer wieder zwischen den Beiträgen die Rolle zu wechseln, vom Solisten zum Dirigenten, vom Schauspieler zum Chorsänger. Gemeistert haben sie all das in der gut eineinhalbstündigen Show immer wieder lautstark angefeuert vom Publikum mit Bravour.